Yo! Heute ist endlich mal wieder AskLochis angesagt. Ihr habt uns in Twitter mal wieder ganz viele Fragen mit dem Hashtag AskLochis gestellt und wir werden diese jetzt mal für euch in diesem Mittwochs Video beantworten und ich will mal sagen los geht's. So die erste Frage lautet von Wanni Hashtag AskLochis könnt ihr einen Ratschlag geben? Könnt ihr mir einen Ratschlag geben? Ne, könnt ihr einen Ratschlag? Könnt ihr einen Ratschlag? Mach jetzt mal einen Ratschlag Mach jetzt mal einen Ratschlag Mach jetzt einen Ratschlag Ich kann keinen Ratschlag Mach jetzt komm Einfach da ein Rad Mach jetzt ein Rad Und go Mach Das war so superschlecht Nächste Frage Os von Ytiti fragt AskLochis Wie lang seid ihr noch 15? Ja wir sind ja noch 15 Jahre alt beide Aber wir sind in Circa 2 Wochen 16 Oder? Wir sind in einer Woche Sind wir nicht bei 16 Äh sind wir nicht bei 15 sondern 16 Hä? Heute ist der sechste und ähm 6 plus 7 sind 13 Und wir haben am 13. Geburtstag deswegen noch genau eine Woche Also in einer Woche am 13. Mai Sind wir endlich 16 Gibt euch mal was ein geiles Wetter grad So ein geiles Wetter ey Lara Hype fragt AskLochis wird es auch schon neuen Wird es bald neuen Merch geben Ähm wir sind grad dabei dran zu arbeiten Mehr kann wir noch nicht verraten wird auf alle Fälle Ziemlich ziemlich geil So die nächste Frage ist Kommt euer Film Bruder vor Luder auch nach Österreich Ist gefragt von Maria Lochmann Ähm ja ich denke mal schon Also wir haben ja die Konstantin im Rücken Die das ganze verleiht und vertreibt Und äh ich bin mir sehr sicher Dass der Film auch nach Österreich Und auch in die Schweiz kommt Äh genau Übrigens haben wir letzte Woche unseren Kinofilm Also Bruder von Luder abgedreht Könnt ihr mir bitte auf Snapchat Könnt ihr bitte auf Snapchat Snap Könnt ihr bitte auf Snapchat aktiver sein Ähm ja wir sind eigentlich relativ aktiv momentan Äh wer uns doch durch folgt Hier ist grad unsere Namen eingeblendet Ähm Heiko Lochmann und wie heißt du? Roman unterstrich Lochmann Genau äh folgt uns einfach Und äh wir sind da jeden Tag aktiv Posten jeden Tag Bilder Genau ich finde mich geil Sandra Bäm fragt Hashtag AskLochis wie gelenkig seid ihr? Ja Roman probier mal aus Wie gelenkig bin ich? Okay ich versuch's mal Wie gelenkig bist du Bruder? Ja was ist... hä Digga du siehst aus wie ein... Was machst du denn? Alter wie so Krankengymnastik Jetzt mach mal irgendwas gescheites alter Was ist los mit dir? Was gibst du zu machen? Hä irgendwelche krassen... Hä bist du eigentlich dumm? Ich bin nicht gelenkig... Digga äh mach... Wie hätte sie so kommen? Ne steh jetzt mal auf Steh mal auf Jetzt äh... Nimm dein Bein hinter dein Ohr Wie eine Katze Ich sag mal die Spinne Ich kann das nicht So, letzte Frage Wann kommt eure nächste Songparodie online? Ja, am Samstag kommt eine neue Songparodie Ihr könnt aber raten, zu welchem Song Auf jeden Fall nicht verpassen Wir haben gestern noch gedreht, heute noch gedreht Übergestern, vorgestern noch gedreht Übergestern, das ist so das Ultimatum von gestern So die, äh, ne, der Endgegner ist das Ne, auf jeden Fall waren wir, obwohl wir den Film gerade erst mal abgedreht haben Nochmal richtig fleißig, dass ihr eine Songparodie am Samstag bekommt Also seid gespannt und, äh, yo Das war's mit dem AskGlochis für heute Ne, Heiko? Miau Wir sehen uns dann am Samstag, oder? Ich danke jetzt zu unserem letzten Mittwochs Video Auf alle Fälle abchecken Und wir sehen uns wieder am Samstag oder wieder am Mittwoch Oder wieder am Samstag oder wieder am Mittwoch Und zudem am Montag Tschüss! Tschüss!